Boxkampfshow von Stefan Raab, Paar aufs Maul bei Final Fight. Boxkampfshow von Stefan Raab, Paar aufs Maul bei Final Fight. Boxkampfshow Raab, Paar aufs Maul bei Final Fight. Faszination und Spannungsaufbau prägten die Boxkampfshow Final Fight, die von dem ehemaligen Entertainer Stefan Raab organisiert wurde. In der Boxszene sorgte die Veranstaltung für großes Aufsehen und erinnerte an die glorreichen Tage von Raabs Box Entertainment. Hier der übersetzte Text auf Deutsch. Dabei war besonders die Rückkehr von Regina Halmich, einer der bekanntesten weiblichen Boxerinnen Deutschlands, ein Highlight. Das Event zog nicht nur Fans des Boxsports an, sondern auch zahlreiche Zuschauer, die von der besonderen Atmosphäre und dem unterhaltsamen Konzept angezogen wurden. Der Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich war ein zentrales Ereignis der Show. Hier der übersetzte Text auf Deutsch. Gerüchte besagten, dass die beiden bereits in der Vergangenheit eine besondere Rivalität gepflegt hatten, was die Vorfreude auf den Kampf nur verstärkte. Über die Jahre hinweg hatten sie mehrfach betont, dass sie in ihren jeweiligen Karrierewegen gegenseitigen Respekt hegten. Gleichzeitig kündigten sie an, dass sie die Ringkämpfe zur Schau ihrer Fähigkeiten nutzen würden, wobei die Zuschauer auf ein spannungsgeladenes Duell hoffen durften. Die Final Fight Show war nicht nur ein Boxkampf, sondern ein multimediales Spektakel, das verschiedene Aspekte des Entertainments miteinander verbannt. Höhepunkte wie musikalische Darbietungen und beeindruckende Einmärsche der Kämpfer trugen zur allgemeinen Stimmung bei. Die Wette auf Sportlichkeit und Geschicklichkeit war jedoch die Hauptattraktion, die Zuschauer aus verschiedenen Altersgruppen anlockte. Besonders bemerkenswert war, dass Stefan Raab und Regina Halmich eine Art Wettkampfgeist im Ring entfachten, der weit über das Sportliche hinausging. Es ging ihnen auch darum, eine Show zu liefern, die im Gedächtnis bleibt. Nach dem Kampf rückte die Frage in den Vordergrund, wie es mit beiden Kämpfern weitergehen würde. Gerüchte über mögliche Rückkämpfe und neu geplante Events machten die Runde. Die Fans zeigten sich begeistert von der Idee, dass solche Veranstaltungen nicht nur einmalig sein sollten, sondern durchaus an Bedeutung gewinnen könnten, um das Boxen einem größeren Publikum zugänglich zu machen. In Interviews äußerten diverse Zuschauer und Experten, dass sie im Rahmen solcher Events nicht nur den sportlichen Aspekt, sondern auch die Entwicklung des Charakters im Einzelsport schätzen. In einer Zeit, in der Boxst als brutale Gewaltspiele wahrgenommen werden, suchte Raab mit seiner Show nach einem neuen Zugang, einer Mischung aus Sport und Unterhaltung. So scheint die Frage nach zukünftigen Boxevents mit Stefan Raab und Regina Hallmich weiterhin präsent zu sein. Ob und wann solche Kämpfe stattfinden werden, bleibt abzuwarten, jedoch signalisieren die Reaktionen der Zuschauer, dass das Interesse stark ist und einer Fortsetzung nichts im Wege steht. Dieser Boxkampf wird wohl in die Geschichte eingehen und viele noch lange beschäftigen. Die Erwartungen an eine Wiederholung sind hoch und die Fans können sich nur wünschen, dass die Teilnahme von Regina Hallmich nicht das letzte Wort in einem außergewöhnlichen Kapitel der Sportunterhaltung war. Autor Anita Farke, Samstag, 14. September 24.